Alles gut, Kranz reinpacken lassen. Kranz versinkt den Boden. Kranz! Taut. Oh Gott! Willkommen, Leute, zurück zu Trouble in Terrorist Town mit Fizz, Kranz, Kunmar McFly, Nils Tauter, Liquid und Juli. Schönen guten Abend! Bitte nicht, Kranz! Wir ändern Trouble in Terrorist Town jetzt nach 750 Folgen oder sogar noch mehr ein bisschen ab. Wir wollen es ein bisschen spannender gestalten, ein bisschen actionreicher. Und deswegen nennen wir das Ganze jetzt TTT Blitz, beziehungsweise wir fügen eine Blitzregel mit ein. Und zwar kann jeder in der ganzen Aufnahmesession, also innerhalb der sieben Folgen, einmal Blitz rufen und zwei verdächtige Namen nennen. Er kann auch nur einen sagen. Dieser Spieler ist dann frei zum Abschuss und darf einfach von jedem getötet werden. Und das darfst du nur als Inno machen. Gleichzeitig confirmst du dich damit aber auch, dass du halt die Runde Inno bist. Und bist somit safe. Und ja, wir haben neue Traitor-Items. Die Traitor haben am Anfang der Runde ein Credit mehr, der Detective nicht. Und die Rundenzeit erhöht sich nicht mehr. Das heißt, die Traitor haben während meiner Einleitung jetzt schon eine Minute verloren. Und nur noch drei Minuten Zeit. Und ja, pro Kill erhöht sich die Rundezeit nicht mehr. Das heißt, die Runden werden schneller, spannender. Das ist... Wow! Kondran! Kondran! Kondran ist safe. Kondran ist safe. Kondran ist safe. Aber der ist voll verhungert. Du darfst ihn nicht gegen eine Wand werfen. Wenn du ihn gegen eine Wand wirfst, dann fliegt der irgendwo hin. Dann musst du ihn wieder aufheben. Den kannst du wieder aufheben. Und wenn du ihn nicht gegen eine Wand wirfst, kommt der sogar zurück. Ich mach doch sonst nur einen Bummer. Der hat aber einen relativ weiten Weg, ne? Der fliegt schon weit. Der fliegt schon weit, ja. Deswegen, also grad Innenräumen drin, den zu werfen, dass er wieder zurückkommt, ist halt schwierig. Ja, aber ist halt wie ein Babylauncher Innenräum. Ey, klar, klar. Aber man kann sagen, dass er wie ein Babylauncher, dass er mehrere Tage gibt, oder? Ja, er kann's auch abräumen. Ah. Ich hab noch mal kurz... Also wenn er jemanden trifft, das kann ich auch sagen, dann ist er wirklich ein unberechenbar von der Flugbahn. Hallo, Julie! Oh nein, jetzt bin ich gleich tot. Ne, noch nicht. Hm. Halt dich doch bis zum Ende auf, Julie. Außer du folgst mir jetzt hier in die Garage, wo ich shoppen will. Aber Kranz, direkt wieder ins Gesicht. Machst du etwa mit dir den Tauch an? Was, ich will hier shoppen, Julie. Ich muss gestehen, ich hatte gar nicht realisiert, dass ich da so gemacht hab eben als erstes. Es ist fiss. Es ist fiss. Nicht auf die Treppe, nicht Liquid, nicht, nicht Liquid! Oh Gott, das war so knapp. Nicht auf die Treppe heißt es. Warum nicht? Auf die runde Treppe. Hey, da unten! Julie! Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Nicht auf die runde Treppe gehen, da ist ne Mikro. Okay. Wen hab ich noch mal gecallt? Hä? Fisk, ja. Hä? Julie, wen hast du gesehen? Wen hab ich noch gecallt? Ne, nein! Nicht ich! Julie schießt! Nils schießt auf uns! Hallo ist das. Nein! Ich bin die ganze Zeit bei Julie gewesen! Hey, ist das Nils tot, oder was? Ne, ich glaub, Nils hat aber auf uns geschossen. Doch, Fisk ist es! Ja, ach ne! Das... Aber warum hat Nils auf... Nils muss der andere sein. Der dachte grad, du wärst es. Fisk hat irgendwie... Ja, du kleiner Fisk! Oh! Achso, Nils dachte, ich bin's, weil Fisk sie erschossen hat. Sorry, Schole! Ist klar. Verdammt! Sind da hingehupft. Und dann den Rauch von... Ein verdammten... Hä? Aber Fisk war's jetzt auch nicht, oder? Fisk war's! Fisk war's, den hab ich ja gekocht. Ah, yes! Guess confirmed! Ja, ja, okay. Wurde nur als confirmed angezeigt, aber nicht als Traitor. Deswegen. Mann, ich hab hier irgendwas... Liquid oder Grends? Moment. Nein, halt! Ich hab doch Dingens ange... McFly hat, glaub ich, nen Boomerang auf Tautor geschmissen. Ja, genau. Grants und ich sind's nicht. Ich wär fast nie. Grants hab ich davor bewahrt. Eben, und ich hab auch noch Dingens gecallt. Ich hab doch... Oh, da, du flieh! Da, du flieh! Ich hab Fisk mit Grants erschossen! Ja, aber das kann doch nicht angehen. Das ist Liquid, ja. Lü... 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 Da, der muss ja auch sein. Alter von euch beiden ist es ja. Ich hab doch Fisk verraten und die Mikro gecallt. Das ist ja Liquid, dann kannst du ja Liquid erschießen! Ja, warum ist es denn da, du nicht? Ich hab doch mit dir draufgeschossen! Also Fisk libt jetzt wieder! Ja, ich hab den nicht wiederbelebt, aka ist Liquid. Nein, dann ist es Dalu. Ich bin im Haus. Ihr habt nur noch ne Minute. Maxi ist es nicht, Leute. Dalu ist es. Hier ist Fisk. Yo, unten ist Fisk. Fisk raged. Ich versteck mich jetzt, weil ich hab nur zwei. Dalu ist es. Ich rage up? Wofür belebe ich dich denn wieder? Ich habe keine Quelle mehr gehabt. Aber Nil war blitzgegen. Das, was du gesagt hast, war ohne Verdacht. Ich hab da niemanden abgeschossen. Glaubst du, ich hab mir das ausgedacht oder was? Ja, hast du ja. Ja, weil wir den Traitor verfolgt haben, Juli und ich. Wir waren ja die Sekt hinterher. Wir waren fleißig. Über eine unbekannte Leiche. Ja, der Eif. Dann wär Juli ja auch Traitor gewesen. Weil sie ist ja vor mir jetzt hier drüber gelaufen. Juli, hab ich gar nicht gesehen. Call doch den Blitz, wenn du nicht sicher hast. Ich hab nur dich gesehen. Aber warum hilfst du ja so gegen den zweiten Abend nennen? Ja, du kannst doch nur einen. Kann ich den zweiten dann eigentlich noch nachholen? Nee, nee, nee. Du musst es halt direkt sagen. Du musst direkt sagen. Ach Juli, ich hab dich gefallen. Mann, ich wollte hier zum Shoppen reingehen. Jetzt bin ich irre. Ich bin nicht kurzer Runde fertig. Ich denk dann, Tarot, du hast noch 3 Minuten 50. Ich kauf lieber schnell ein. Aber es hätte vom Zeitlimit her gereicht. Also selbst wenn du es geschafft. Wie lange hatten wir noch? 1 Minute 30 sogar noch. Okay. Ganz ohne Waffen. Ja, ich hab eine. Juli hat auf mich geschossen. Nein. Nein. Juli, gleich kommt der Blitz. Oh, er hat Blitz gesagt. Er hat Blitz gesagt. Er hat keinen Namen gesagt, er ist selbst schuld. Das ist vorbei. Er hat gesagt, gleich kommt der Blitz Juli. Das ist also Blitz. Oh, ich hab das Juli gleich zum Blitz. Ey, geil, guck mal. Spaß, wenn ich zu viel mit rum. Guck mal, was die Dingens geworden ist. Wo ist die Kaffeetasse, Nils? Hier wär das aus auf dem Schlachtfeld hier draußen. Hier hinter dir war ich. Ne, wo seid ihr denn jetzt hier alle? Wachsam. Kunra, du bist an der Dingens vorbeigegangen. Hey, Kunra, du bist an der Dingens vorbeigegangen. Böser mach. Oh, du hast versucht mich zu Popkeln. Ach, leu. Ich hab nur einen Rechner aufgeworfen. Ja, nur, nur. Gab's hier nicht eine Tür, die man nicht aufmachen kann? Äh, wieso redet Kunra denn jetzt nicht mehr? Ich rede doch. Er hat doch grad direkt geredet. Ja, davor hätte sich sein als ob er mitten im Satz auch gehört. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Friendship beam auf mich. Heute ist der Monster überhaupt nicht da. Der ging auf mich. Ne Bombe wurde geplantet. Nein. Doch, doch, doch. Ist das keine Bombe? Das war ein Door-Boster. Alter, Liquid hast immer noch keine Bombe hier. Ja doch, aber spielt eigentlich andere. Ich hab hier die Musik gehört. Wir schreien so gern mit der Crom. Warte mal, warte mal, warte mal. Was hast du für eine Waffe? Ich bring mich selbst um. Nils! Glaub ich dir nicht. Du bist ein Klausens Nils. Ah, jetzt! Hey, ihr, Nils! Er ist ein Dead Ringer. Der ist umgefallen, ja. Dead Ringer. Warte mal, hat er... Wo ist er hin? Warte, hier in der Garage lag auch noch. Jemand. Unidentified. Also Fisk und Nils? Fisk ist tot. Fisk ist tot. Auf der Toilette war er. Ist tot, ist tot, ist tot. Oh Gott, der explodiert doch. Friends dürfte safe sein. Ja, klar. Das hat ihn gemacht. Ne, ich hab ihn nicht gemacht. Warum hab ich denn Fisk und Nils gehört? Wer hat mit aufgeschossen? Fisk ist aber tot. Fisk hat auf Nils gekocht. Aber Fisk hat auf Nils gekocht. Grends hast du ihn erschossen? Nein, leider nicht. Wer hat getrunken? Ich, ich, ich. Was war das? Was ist da passiert? Es ist Liquid. Grends wurde getötet. Es ist Liquid. Ja, er schießt auf mich. Kundran, hilf mir. Hinter mir stand noch einer schluss. Nils, du bist eigentlich ein schlechter Level-Designer, weil die stande falsch rum. Ist mir egal. Was war das? Eine man in mind? Ich hab ne explosive Mikrowelle in die Küche gestellt. Aber eigentlich falsch rum. Hab ich aber zu spät gesehen. Oh, egal. Sorry, Juli. Ding, mach ruhig nochmal heute. Ich wundere mich sonst. Warum schießt Tautoi so, ey? Ich hab die Musik aus ihr kaum gehört. Nein, es kam nicht aus mir. Die kam doch auch von unten, ja. Nils missing in Action, ey. Wie immer. Hey, Darlis. Wo hast du's gewusst? Stimmt. Wie kann man sich denn hier... Woher, dass ich... Dass du's bist? Ja. Ja, es war nur noch deinem Leben. Ja, und die restlichen... Ja, und wer war der Zweite neben dir? Tautau. Tautau war ja safe. Ah, okay, okay. Aber trotzdem hast du ja zuerst geschossen. Hm. Ich hab Poliziers. Ich hab nur gesagt, du böse, man. Oh, Gable. Ah ja, der Fake-Gable soll jetzt übrigens auch funktionieren. Naja. Wurde mir auch zugetragen. Jetzt seht man sich auf den... Aber ich seh mir eigentlich trotzdem noch... Also es muss ja trotzdem schon... Der Date gerne tot sein oder mindestens zwei Date sein. Weil sonst kann er direkt sagen, ich hab gar nicht getestet oder wie. Ich hab gar nicht getestet. Hier liegt ne Leiche. Tautau. What? Was war das denn für ein Geräusch? Der war doch eben noch da unten. Ohhhh. Das ist schon ne Musik. Wo kommt die Musik her? Ja, weil er... Weil ich Dalu getestet hab. Ach so. Ach so. Der hat uns mit dem Boomerang getötet. Der hat uns mit dem Boomerang getötet. Der hat uns mit dem Boomerang getötet. Tautau. Ohhhh. Ohhhh. Das geht als Mordanschlag, oder? Ja. Ich verpasst es immer. Joli, hast du grad einen Plasmagruf geworfen? Nein, ich such euch. Fisk ist es! Nils! Hast du ihn? Ja, hab ihn. Ach was falsch item. Ohhhh. Die haben voll. Ach was falsch item. Warte, mit wem habt ihr... Grants, wer hat jetzt hier Fisk gemacht? Nils. Nils. Alleine? Ja. Ja, der ging rechts in den Raum, weil ich konnte nicht... Okay. Gut. Also Kodorn und ich wurden grad von der Plasma beworfen als Studium. Die kamen hier unten. Ich hab dann nix so doofen. Ja gut, aber... Wie oft wird ne Granate einfach so geworfen? Ähm, stimmt leider auch. Gerade jetzt, wo... Ja, das... Ja, klar, es kam mal aus, aber auch... Auch wenn Karma an ist, sonst wird ich genug geworfen. Mhm. Also... Wir könnten ja theoretisch jetzt die Runde einfach ganz schnell beenden. Hier Nils, du hast dir einen Boomergang verdient. Oh, danke. Oh, hier ist jemand. Und ähm... Wer ist hier geschoben? Nein, nein, nein. Oben, oben. Überhalten wir den Gedanken mal. It's the Maxi. What? Nice. Du hast auf jeden Fall den richtigen Gedankengang. Du kannst dich ja safe machen, wenn drei Leute am Leben sind. Kannst du einfach sagen, ne? Dann bist du ja confirmed in. Kannst dich ja selbst confirm. Also man könnte sich auch einfach blitzen ohne... Ja, stell mal vor, es leben nur noch drei Leute und einer ist safe. Und dann sagt einfach der andere, ja... Blitz und dann nah, aber halt, ne? Das ist ja klar. Bleibt ja safe. Mhm. Auf jeden Fall da... Kannst du ne Runde holen. Kannst du was machen mit? Ja. Easy Möglichkeit. Kann man auch machen. Entdeck die Möglichkeiten. Aber es ist nicht interessanter, wenn man zwei Namen rufen muss. Nein. Du kannst ja trotzdem zwei Namen rufen. Die beiden... Einer von den beiden ist es ja auf jeden Fall dann noch. Ja, aber die werden ja beide erschossen. Du musst nur einen rufen. Die können ja beide bezogen. Nee, das geht ja nicht. Ach ja, stimmt. Liquid hat keine anderen Jobs hier, ne? Nee, ich muss immer das Fenster, ne? Sonst schneit sich ja noch einer. Das kannst ja... Fenstermann. Der Fenstermann. Oh! Toll mit der Gable! Nur einmal! Wer ist denn hier? Nur einmal? Hast du das gedacht? Ja! Auf dir! Ah! Anschlag! 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 Nils ist es... Nils will shoppen. Nils will shoppen. Willst du callen? Was soll ich callen? Deine Mama, oder was? Hast du Blitze callen? Blitze callen? Blitze callen? Oh! Da hat einer gestorben, Baby. Da hat einer gebabys. Oh! No way. Oh! Sagt der, wenn hier kommt jemand mit der Pistol um die Ecke, Grant. Oh! 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 Jesus! Oh! Jesus! Was hat denn Jesus damit zu tun jetzt? Juli, das ist... Jesus mit rein! Er ist immer mit dabei! Echt? Was hat der Mann hier denn getan? Er hat sie gecallt. Weißt du denn, wo sie ist? Irgendwo draußen unterwegs, oder? Stimmt. Da ist Tau Tau. Oh! Tau Tau! Tau Tau, Juli! Alles klar! Hallo! Hängt da nach außen stehen! Du sag ich hab's und dann sag ich noch Tau Tau ist es, weil der mir einen Rücken schossen hat. Oh! Da fliegen alle, Make. Das hab ich nicht gehört, ehrlich. Ich weiß, ich weiß, ob ihr das gerade unterhalten habt. Hehehe. Ich hab's aber gesagt. Jetzt wollen die Tau Tau's gut machen wieder, ne? Ja. Ja. Oh! Schade. Schade. Letzte Runde, Boys. Ne, wenn sie vor 15 Minuten endet, machen wir noch mal. Ich bin auch ein Boy. Okay, dann müssen wir uns jetzt beeilen, ey. Zumbe. Du kannst ja direkt callen, vielleicht hast ja Glück. Du kannst direkt fischen. Ja, aber das Problem ist, du weißt ja nicht, ob du endet bist. Das heißt, das wäre ja gelogen. Nein, 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 nein. Sobald du die Rollenverteilung hast, kannst du direkt callen. Achso, ja, das kannst du. Du kannst ja mal zwei Leute ja direkt hinrichten lassen. Grends hat direkt geschossen. Nein. Doch. Den machen wir fertig. Machen wir. Den machen wir. Daher. Komm hier. Na ja, das ist er nicht. Na fisch. Hallo. Gaben. Gaben. Ach fuck, ich bin nicht aufs Problem. Hast du mich jetzt getestet, Kunva? Nein, irgendwen. Oh, da kam der Bumerang. Da kam der Bumerang. Da kam der Bumerang. Der Bumerang. Der Bumerang ist ja mal so doof. Das war das jetzt eigentlich. Der Bumerang ist da. Dalu habt ihr. Dalu. Grends erwischt. Ich bin damit safe. Und dann bringt ihr Dalu in so'n Gässchen rum, echt. Wiederwärtig. Nice. Jetzt sind wir viel schlauer. Warum ist der hier nicht confirmed? Biskus willst du mit seiner drei? Hä? Hä? Der war jetzt confirmed. Der hat jetzt Dalu's Leiche davon zart. Ich? Maxi. Oh, Maxi. Der liegt hier aber offen. Oh, ne. Das ist Grends. Ich hab ihn hier in die Grube reinge... Ja, aber wo ist Dalu's Leiche? Ja, hier in der Grube. In dem Gang da. Da ist er Grends. Ah, ok. Alles gut. Grends versinkt im Boden. Grends! Grends! Oh Gott! Schade, Nils. Schade. Mein Bein wäre nicht schlecht gewesen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Hallo. Tschau.